hallo und herzlich willkommen zurück in unserer 18 folge von minecraft roto endertragen wir haben geschafft letzte folge uns wieder neu zu equipen mit der dass wir das jetzt nicht noch mal verlieren aber so schwer sollte das nicht sein uns wieder zu equipen wir gehen wieder hier rein und da ist gleich das viel des todes schon wieder und ich habe kein bock darauf wir müssen einfach irgendwie ein baby sagen wir müssen irgendwie einen anderen weg finden um uns noch die level zusammen zu hauen denn gerade ist es so dass ich überhaupt kein bock mehr habe gegen die zu kämpfen weil ihr wisst verreckt verreckt und verreckt gegen die müssen schon wieder level 10 so soll es sein geht ziemlich schnell sind wir schon wieder level 13 und hier sind da war sie dass ich die richtung noch nie gefunden hatte es ist sehr merkwürdig aber bei den lavasee ist klar bringt uns ein was nicht und wir machen es jetzt so kein bock da drauf das ist jetzt hier hallo machen so schließen wir den mal ein ich überlege gerade irgendwie den lavasee abzuhalten dass er uns nicht entgegenkommt so 15 wir sind schon wieder 15 irgendwas höre ich hier aber was ok mal gucken wo uns das einführt hu 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 huuu machen lassen wir weg gehen vielleicht ist unter den davasee auch noch die restlichen dinge die man nicht gesehen haben das werden wir dann mit kriegen das ist riskant das ist das riskanteste was ich bis jetzt mitgemacht habe obwohl es auch nicht riskanter ist wie wenn man das in der höhle macht aber da kann man sich löschen und hier ist mit der natur so gut wie ausgesetzt so jetzt haben wir den dabei erst mal hinter uns tun wir mal eine fackel hin ich glaube tun ist überhaupt kein wort das gibt es gar nicht ich bin mir aber nicht sicher so schade ich dachte so unter den lavasee gibt es was aber ihr seht es gibt nichts mann du scheißhaus hier ist unser ender portal es scheint so dass wir wirklich graben müssen aber es ist mir jetzt egal wir graben uns jetzt hier in irgendeine richtung hoffen dass man nicht verrecken und hoffen dass wir irgendwie wieder an irgendwas kommen was so aussieht wenn man gut level zu haben können halt manchmal habe ich so sprachfehler und bin behindert ich gucke ja hier ist es da sowas einfach mal durchgraben schon gehen wir nun mal sicher das ob das hoffentlich reicht das nehmen wir noch mit gehen wir zurück zurück so zack rein und jetzt hoffen wir einfach dass man schon wieder nacht müssen wir natürlich pennen gehen schlaf gut so nehmen mit der rüstung brust rüstung auf 20 und dann heißt das letzte mal noch ein achten wollen wir nicht wir wollen schon höchstmöglich 20 schutz 3 drinnen 1 da kriegt man noch schaden also wenn man geschlagen wird oder schaden erleidet das ist so eins mit der besten rüstungsteile die man kriegen kann ihr seht nur noch kopf ich könnte mir natürlich ein paar bogen machen und dann noch auf was könnte schon dann gehen auf stärke 3 sollte ich auf stärke 3 gehen vielleicht stärke 3 bogen ist natürlich heftig dann machen wir ganz schön viel schaden haben wir hier irgendwie noch können hier wir machen uns noch zwei bogen das reicht genau dann müssen wir natürlich noch mehrmals rein aber es nützt nichts mehr haben dann stärke 3 bogen das ist dann auch ok das karten mal überlegt obwohl das nehmen wir mit raus das tun wir schnell hier rein stärke 3 bogen ist ok dann haben wir stärke 3 schärfe 3 und eine ganz gute rüstung dann können wir auf jeden fall den ender drachen angehen das machen wir jetzt noch in dieser folge werden wir auf 20 gehen dann vielleicht noch einmal ich überlege gerade ob wir jetzt hier mal mittig durchbuddeln ja machen wir einfach mal darf nur dass wir wieder so ein schönes fleckchen finden wo man leveln können so erstmal mal was hier waren wir schon mal naja nicht so schlimm gehen wir mal weiter gucken einfach vielleicht findet man ja noch irgendwas ich glaube es nicht hier ist auch wieder ein gang langer was ach dahin das war dort wo wir ah wir könnten natürlich auch hier lang buddeln mit der hoffnung dass wir dann mal bitte mal was finden bei so verornen wir uns wenchen nicht wir folgen einer linie ist natürlich was ist jetzt oh gott ich weiß nicht ob man damit weit kommen ich glaube wir müssen jetzt wieder ganz zurück und noch mal irgendwie dort wo die ganzen gegner sind lang und gucken ob wir da nicht vielleicht irgendwie ja levels form können wir brauchen die levels das ist einfach standort und oh oh gott ihr seht gerade aber wir haben eine zuflucht gefunden da haben wir eine kleine zuflucht und schon haben wir auch wieder unser quartz was gut levels bringt das sind wir vielleicht schon in nächsten folgen soweit dass wir den drachen besiegen können wir brauchen ja nur noch in rüstungsteil vielleicht schafft man auch den drachen mit weniger rüstung aber ich muss sagen das möchte ich alleine gar nicht ausprobieren weil es nicht auch soweit ihr wisst endermänner genug und dann möchte ich das jetzt alleine nicht darauf ankommen lassen muss ich mal ganz ehrlich sagen okay mehr geht hier gerade nicht wir könnten natürlich hier weitergehen und gucken das mache ich jetzt auch in der hoffnung genau das war meine hoffnung irgendwie habe ich das gefühl manchmal gibt es gut level manchmal nicht nur ihr könnt das natürlich besser oder beachtet das vielleicht besser besser wie ich wie schnell es vorangeht oder ihr kriegt es genauso wenig mit wie ich naja level 10 noch 10 level schon mal gut dass mehr hinten genug finden da müssen wir nicht elend lang rumrennen also schon mal von vorteil level 15 sind wir jetzt aber hier gibt es dann auch nicht mehr wir brauchen jetzt noch zwei gute quellen oder so ich bin mir sicher hier unten ging es noch mal eine etage runter das müssen wir uns noch merken aber ich denke mal das schaffen wir naja nee das wollen wir nicht wir gucken mal in die andere richtung wir haben zeit hier ging es hoch hier jetzt es ist wahrscheinlich angebracht doch da runter zu gehen und ja die letzten level so zu formen aber weißt du was ist mir ist mir egal ich puttel einfach jetzt hier lang wir haben noch ein paar unser die reichen noch ein bisserl die spitzhacken scheiße eigentlich ist es scheiße alles scheiße wir müssen nur drunter jetzt komm enno reiß dich eh mal an riemen coordinated alles alles weiß was ich sucked alles weiß ist ob жив ASH sunset ют einfach rol mit è gente Put まあ gut Mit der Hoffnung, dass wir hier hinten sicher sind und dass der uns nicht gleich so sieht. Das ist eigentlich meine Idee jetzt gerade daran. War vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Habt ihr euch die Weggemerkt? Ich ja. Ich habe probiert mit den Weg so gut wie möglich zu merken. Habt ihr auch gesehen? Ich glaube es ist nur ab und zu mal ein bisschen sehr dunkel für euch. Aber es tut mir echt leid. Wir gehen durch unseren Schutzwall. Jawohl, Jungs. Diesmal schaffen wir es. Ähm. 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 Ja. Ja. Oder? Müssen wir es essen. Dann rennen wir die letzten paar Meter. So saustark. Wir haben es geschafft. Wow. Es ist schon wieder dunkel. Und jetzt fast jede Folge dann wieder ins Bett legen. Das letzte was ist, ist der Kopf. Einmal schusssicher und, naja, eigentlich Schutz und so. Schusssicher wäre gut. Boah. Machen wir gleich. Schutz 2, Atmung 2. Wenchen Schutz drauf. So. Wir haben die komplette Rüstung. Ich überlege gerade wirklich, ob wir nicht den Stärke 2 Bogen behalten. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.